Aus den Augen, aus dem Sinn Trennungen sind niemals einfach und ein Patentrezept, wie sie schmerzfrei und möglichst unkompliziert gelingen, gibt es erst recht nicht. Es ist von Typ zu Typ verschieden, wie wir uns von Menschen verabschieden, deren Lebensweg mit dem unseren nicht mehr vereinbar scheint. Manchmal werden wir auch getrennt und schneller verlassen, als wir Tschüss sagen können. Dann natürlich trifft uns diese Entwicklung wie eine kalte Dusche. Doch meistens ist das Ende einer Beziehung absehbar, wenn wir es auch nicht wahrhaben möchten. Egal, wer die Trennung initiiert und den finalen Schritt gesetzt hat, künstlich am Leben halten sollten wir den Kontakt mit unseren Ex-Partnern dann keinesfalls. Scheiden tut auch dann noch ausreichend weh, wenn wir uns nicht mehr jeden Tag sehen, sprechen oder schreiben. Die Heilung braucht Raum und diesen müssen wir ihr gönnen. Der Weg dorthin lautet Kontaktsperre, zumindest bis auf Weiteres. Warum das so ist und weshalb du davon nur profitieren kannst, wenn du eine Weile auf Tauchstation gehst, verraten wir dir in unserem heutigen Video. 1. Es ist alles gesagt Eine Kontaktsperre hat nichts mit beleidigt oder verletzt sein zu tun, auch wenn diese Faktoren sicher auch eine gewisse Rolle spielen. Sie dient deinem Schutz. Dein Gefühlsleben hat genug gelitten. Und, seien wir ehrlich, es ist alles gesagt, nun, da man beschlossen hat, getrennte Wege zu gehen, oder? Das ständige Wiederaufwärmen der immer gleichen Vorwürfe und Anschuldigungen bringt niemandem mehr irgendetwas. 2. Die Vergangenheit hat nichts Neues zu berichten Das Ende einer Beziehung ist Schlusspunkt und Neustart zu gleichen Teilen. Hinter dir liegt ein Lebensabschnitt, der nun zu Ende ist. Vor dir aber liegen nun alle Möglichkeiten. Indem du den Kontakt zu deinen Ex-Partnern unnötig lange aufrechterhältst, missgönnst du dir diesen Startstoß in ein neues Leben, weil das Alte immer noch umherspuckt und dich einfach nicht loslässt. Wenn du es schon deiner Zukunft nicht gönnen willst, dieses Kapitel ein für allemal zu beenden, dann wenigstens deinem Seelenfrieden. Dieser hat mit Sicherheit schon genug gelitten. 3. Der beste Zeitpunkt? Sofort Eine Trennung kann man gut oder schlecht hinbekommen. Je nachdem, wie erwachsen du dich verhalten möchtest, ist ein letztes Gespräch auf Augenhöhe sicher empfehlenswert, das aber dann auch gleich das letzte Goodbye beinhalten sollte. Im Streit, den anderen einfach aus der Leitung zu kicken und seine Nummer zu blockieren, ist nicht die feine Art. Aber wenn du dich fragen solltest, welcher Zeitpunkt für das Inkrafttreten einer Kontaktsperre der richtige ist, lautet die Antwort, je eher, desto besser. 4. Setz dich nicht mehr Kummer aus, als unbedingt nötig Nach einer Trennung immer wieder das Gespräch zu suchen oder gar verzweifelt nach der Aufmerksamkeit der oder des Ex zu schmachten, ist nicht nur entwürdigend, sondern grenzt auch schon deutlich an selbstzerstörerisches Verhalten. Einem Beziehungsende geht immer eine Phase des Streitens, des Kämpfens und der Tränen voraus. Niemand macht sich diese Entscheidung einfach, doch irgendwann hat jeder genug gelitten und es muss endlich die wohlverdiente Ruhe nach dem Sturm einkehren dürfen. 5. Gönn dir diese Auszeit, nur für dich Eine Kontaktsperre tut nicht nur deiner Seele und deiner Neuorientierung gut, Du brauchst sie schon allein aus ganz praktischen Gründen. In Beziehungen neigen wir oft dazu, uns aus den Augen zu verlieren. Eine Trennung ist die beste Zeit für einen Kassensturz und die berechtigte Frage, wer bin ich? 6. Die Ruhe kannst du sinnvoll nutzen Selbst wenn wir uns eine Trennung nicht schwerer machen als unbedingt nötig, legen wir auf dem Weg dorthin viele leere Kilometer zurück. Das sinnlose Gezanke und all die Vorwürfe und Streitereien sind nicht nur kräftezehrend, sondern nehmen auch viel zu viel Zeit in Anspruch, die uns irgendwann fehlen wird. Nutze das Schweigen danach, um wieder Luft zu holen und Kraft zu tanken. Diese Phase deines Lebens ist nicht schön, aber sie wird vorübergehen. 7. So zeigst du Stärke und Selbstachtung Egal, wer die Beziehung letztendlich beendet hat, einer fühlt sich dabei immer schlechter als der andere. Das Stummschalten des gemeinsamen Kontaktes hat dann den großen Vorteil, dass man seine Wunden in aller Abgeschiedenheit lecken kann und es keine Zeugen für die Tränen und den Verdrüst gibt, die vielleicht noch die Oberhand gewinnen. Kontaktsperre verhilft dir zur Würde und die ist, wenn unser Stolz ohnehin schon leidet, das Einzige, was uns vor dem totalen Zusammenbruch bewahren kann. 8. Du könntest Dinge sagen oder schreiben, die dir später leidtun Trennungen sind nichts für zart Beseitete. Manchmal können uns die Worte ganz schön entgleisen und wir vergessen jeden Anstand und jeden letzten Rest einer guten Erziehung. Besonders dann, wenn wir verlassen werden, gibt es in unserem Inneren oft kein Halten mehr und wir wünschten unseren ehemaligen Partner nichts weniger als die Pest an den Hals. Das ist bis zu einem gewissen Grad ganz natürlich und nachvollziehbar. Nur bedenke, die Welt ist ein Dorf und man trifft sich im Leben immer zweimal. Was du heute voller Zorn und Enttäuschung jemandem an den Kopf schleuderst, vielleicht sogar noch schriftlich, kann dir irgendwann ernsthaft zum Verhängnis oder zumindest sehr, sehr peinlich werden. 9. Wenn die Wunden verheilt sind, könnt ihr den Kontakt wieder aufnehmen Ende gut, alles gut. Viele Paare schaffen nach einem Break-up tatsächlich den Neustart als gute Freunde oder zumindest als Bekannte, die einander nichts in den Weg legen. Eine Kontaktsperre muss nicht für immer sein, aber unmittelbar nach der Trennung ist sie heilsam wie kaum eine andere Strategie. Unser heutiges Fazit Macht dir den Abschied leichter Irgendwann gelangen totgefahrene Beziehungen an einen Punkt, wo alles gesagt und getan ist. Man hat sich ja sicher nicht leichtfertig, übereilt oder versehentlich getrennt. Den meisten Abschieden gehen nächtelange Diskussionen und tagelange Auseinandersetzungen voraus. Es ist daher mehr als nur legitim, einen Schlussstrich zu ziehen und in heilsames Schweigen abzutauchen. Du musst diesen ultimativen und vielleicht auch harten Schritt auf dich nehmen, weil du sonst niemals wirklich loslassen und von vorne beginnen kannst. Und genau das ermöglicht dir eine Kontaktsperre nach einer Trennung, Eine Neustart Richtung Zukunft Neue Liebe, neues Glück, lautet dann die Devise. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!